Warum sollte man sich abplagen mit der Schule? Nein, heutzutage nicht mehr, ja. Heute kriegst du einen Computer, ja. In das Gehirn geplant, sag ja. Und der Computer steuert dich gleich von ersten Tag, auch ja. Ja, das ist eine schöne Zeit. Keine Schule mehr, auch heut. Bis gleich zu Hause, ja. Kriegst du einen Computer, das Gehirn geplant, sag ja. Und der Gehirn und der Computer, ja. Übernimmt dich voll, auch ja. Hast keine andere Meinung, ja. Brauchst du nichts anderes sagen, gar. Nur der Computer sagt dir, ja. Was du machen sollst, doch ja. Was du machen sollst, ja. Von klein auf ja. Keine Schule mehr, gehen ja. Warum sollte man anlernen, ja. Der Computer ist alles eingespeichert, ja. Was du machen, denkst, doch ja. Und alles sagen solltest, ja. Alles macht der Computer, ja. Für dich, für dich, für dich, ach ja. Braucht doch gar nichts lernen, ja. Keine Schule, keine Schule mehr, keine Schule mehr. Oh, wie ist es heut nicht schwer. Warum soll ich in die Schule gehen, ja. Ein Computer macht das auch, ach ja. Ein Computer wird reingesetzt, doch ja. Und der sagt dir, alles, 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 ja. Was du lernen solltest, ja. Was du alles kannst, ach ja. Der Computer übernimmt dich ganz. Ja, aber ganz und ganz und ganz. Dein Gehirn wachst ja gar nicht mehr. Nur der Computer, ja. Der ist ja für alles da. Alles ja, der Computer, ja. Übernimmt dich vollständig, ja. Alles nur der Computer, ja. Nur der Computer, ja. Du brauchst doch keine Schule, ja. Nur der Computer, ja. Mach doch alles wunderbar. Ja, ja.